groß am ball und der ball wird zum torhüter gespielt was macht der torwart denn da er läuft mit dem ball los heute spricht der funke nicht von der mannschaft auf die fans über buschi hör mal ganz im gegenteil durch die leistung ist jegliche euphorie hier im stadion verflogen mit diesem treffer verkürzen sie den abstand unglaublich wahnsinn der torhüter macht ihr das tor mit ihm haben sie da offensichtlich nicht gerechnet und er nutzt diese verwirrung aus und jetzt haben wir hier noch auch auch und